ja hier ist der gusua mit einem ja mittlerweile live fight noch und zwar wird es noch mal spannend weil mittlerweile steht es 40 gegen 40 und ronaldo probiert hier noch mal die zwei anzugreifen da dachte ich mir gut okay da sollte man dann doch noch mal kurz den fokus schade läuft ich hoffe mal ich hoffe mal dass sie reinläuft bitte bitte jetzt ja das geht aber noch das geht noch weil die queen ist noch am start jetzt hier muss der gift leider fehl der gift definitiv fehl gedroppt so jetzt geht der drago aber down ganz genau okay und jetzt müssen die loons noch down gehen weil sonst haben wir ein problem ganz genau nice richtig nice gute eröffnung so und jetzt gucken wir mal 37 prozent der expo geht gleich down das passt alles gechillt also ganz entspannt so 42 prozent haben wir und dann würde ich denken kommt gleich die attacke mit den walküren aber ich kann mir auch vorstellen dass er sich sagt vielleicht kriegen wir hier noch irgendwie den inferno weggebrutzelt aber das wird schwierig schade der für den jump war es dann auch zu spät so jetzt geht der inferno hoffentlich down ganz genau ja 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 nice wir sind bei 58 critical critical auf jeden fall weil die igler artillerie ist auch noch da aber jetzt wird es interessant jetzt geht es aufs townhall townhall sollte passen oh nice nice geiles ding geiles ding jetzt igler artillerie auf die heiler ist natürlich momentan die beste situation überhaupt bämm weggeballert und jetzt ja schade klar logisch inferno geht natürlich los dann ist die queen down aber wir haben halt noch zwei bogies wo ich denke genau da macht er hier jetzt oben die action klar und wir sind bei 69 prozent weil prozentetechnisch hätten wir theoretisch vor dem kampf verloren weil wir hatten 92 zu 93 noch was von daher definitiv eine geile nummer und natürlich immer wieder probieren noch die letzten prozente logischerweise raus zu kitzeln hier wird es aber ein bisschen schwierig denke ich die bogies werden dann hier rüber laufen und dann werden sie bestimmt vom magier gekillt werden also vom magier turm aber soll uns doch vollkommen egal sein wir wollen sehen was geht da ist noch ein prozentchen da 70 prozent und dann ist auch die zeit zu ende gewesen einwandfrei zwei sterne zuvor waren es gar keine richtig nice gucken wir mal ob die nachziehen können glaube ich nicht mehr kann ich mir einfach nicht vorstellen richtig richtig geil auf jeden fall also wie gesagt da darf man noch mal gerne sagen hier auf jeden fall richtig richtig nice das ist schön der war richtig gut und auch den den ersten halt richtig nice gemacht jetzt gucken wir mal wie es halt insgesamt aussieht guckt mal hier hier einer nicht benutzt hier nochmal einer gar kein thema aber ansonsten richtig schön gemacht richtig gut cool devs zack zack kassiert kassiert aber ey also wie gesagt so wie es momentan ausschaut könnte das was werden das ist doch nice ne und wie gesagt das wollte ich euch nicht vorenthalten nebenbei würde ich jetzt auch nochmal eigentlich äh ja gerne die dev mir angucken wenn ich eine reinbekomme cb habe ich wieder voll beide helden sind am start ich gehe aber einfach mal aufs nachtdorf und mache hier noch einen nachtangriff und dann sehen wir weiter weil wie gesagt da will ich jetzt nicht noch was riskieren oh nice das wäre doch eine geile sache mit der kampfmaschine oder das ist doch eine coole eine richtig coole situation für die kampfmaschine die sollte sich jetzt hier mal richtig schön breit machen komm dann hier noch mit luft ab ja genau das passt doch das ist richtig geil da oh wie es gerumpelt hat als die auseinander genommen wurde oh yeah komm hier wie gesagt die würde ich schon gerne noch kalt gemacht haben bevor ich hier weiter in die base reingehe bam okay passt die ist weg so jetzt müssen wir gucken der hier kann uns natürlich noch weg locken aber ansonsten kann so viel in dem bereich eigentlich nicht passieren schauen wir mal hier könnte da könnte man natürlich noch richtig punkte machen aber ich will mal gucken wie die dragos laufen oder fliegen sehr gut dass die hier noch im rage sind krass geil so und jetzt geht es da lang dann können wir jetzt hier eventuell na gucken wir mal ich will eigentlich das townhall auch noch aber ich sehe das noch nicht ich sehe das definitiv noch nicht ich riskiere das einfach alter alle drei oder was trennt euch mal ein bisschen alter ja der gegner guckt schon zu der wird sich aber eins lachen weil das townhall noch da ist und das wird auch bleiben das wird bleiben 74 ist schlecht schade schade zumal wirklich hier die kampfmaschine rein 77 reicht nicht doch aber war nicht war definitiv nicht gut aber es hat ausgereicht sagen wir es mal so gucken wir mal was wir noch machen können ne ich würde weiterhin auf die luckys warten dass die halt weiter gemacht werden können und jetzt bauen wir die nochmal kurz um weil die kampfmaschine mittlerweile rein muss kriegen wir sie rein nein kriegen wir nicht kriegen wir sie mit ein paar umänderungen rein ja müsste passen armeelager dahin wie gesagt ich will mir ja da jetzt noch nicht so den kopf drüber zerbrechen ähm hier und da zack kampfmaschine rein und auch kommt die hin ja das passt schon und dann aber bitte in die richtung raus vielleicht reicht das schon das könnte ja schon wieder ein paar prozentchen mehr bringen hier wird's die kanonen sind halt mega von der range mega krass hier da die doppelkanone natürlich nicht so doll logisch ja ich denke mal das passt das ist denke ich mal in ordnung und was können wir noch upgraden ich guck mal gerade ich glaube die können wir auch noch und dann machen wir das zwölf stunden die gehören mir das war es dazu guck mal gerade ja ich gehe mal in die dev oder habe ich noch was ich muss mal gerade gucken den hatte ich euch glaube ich beim letzten mal gezeigt genau den habe ich aha der hier den kommt den den gönnen wir uns noch mal den habe ich live miterlebt und gucke und denke mir kommen 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 eine richtig richtig close nummer eine richtig close nummer hier der entfernung gibt richtig gas guckt gebt euch das bitte mal hier gebt euch das bitte mal die luns hier schon richtig gut runtergeballert und dann wurde er aber doch noch zerschreddert aber guckt mal hier die queen macht richtig gute arbeit also hat richtig gute arbeit gemacht raufgeballert so und ich dachte mir boah geil geil sieht richtig nice aus und hier auch die lava pups jetzt kam glaube ich noch die ersten die ersten sklette also die genau genau da kommen die sklette und die killen halt die lava pups richtig richtig nice weil die natürlich sonst auch gut schaden halt in der base noch machen ging richtig geil und ich dachte auch geiles ding hat das schön gewonnen klar schön wäre es gewesen ich gebe mal ein bisschen weiter hier mit doppelter geschwindigkeit und dachte mir komm bitte und dann gucke ich auf den pecker scheiße pecker scheiße 41 prozent aber bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht und denke mir komm 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 und der echt so hart gehittet hier nix alles gechillt alles wirklich gechillt innen drin aber der pecker hat zeit gemacht der pecker hat es definitiv gemacht und dachte auch schönes ding ja 50 prozent waren es dann und dann halt wie gesagt hier 52 und da dachte ich nein nicht euer ernst nicht euer ernst aber so ist das kann man nix machen so ist das leben also wie gesagt da leider kein def win aber mal gucken ob es dieses mal wieder klappt und ansonsten wird die base halt wirklich noch mal ein bisschen umgestellt noch mal ein bisschen verändert ich gucke mal gerade die riesenbombe würde ich eventuell direkt daneben bauen mal gucken was das bringt weil da hatte ich ja dann zuvor diese kleiner machfalle und ich denke mal das passt wir werden sehen wir werden sehen ihr haut mal rein ich hoffe es hat euch gefallen und wie gesagt ich wollte euch den fight einfach nicht vorenthalten gucken wir mal rein ja ja das ding sollte gegessen sein haut mal rein ich wünsche euch was tschau tschau